Sir Stanley Matifs CBE war ein englischer Fußballspieler. Matifs gilt noch heute als einer der besten englischen Spieler überhaupt. Als erster Fußballer erhielt er rechtsaußen 1956 die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres. Als lebende Legende gefeiert dauerte seine aktive Karriere 35 Jahre lang, ehe er im Alter von 50 Jahren sein letztes Pflichtspiel bestritt. Jugend Matifs kam während des Ersten Weltkriegs als dritter von vier Söhnen des Boxers Jack Matifs in Stockholm-Rent, Stadtteil Hanley, zur Welt. Sehr früh zeigte sich das fußballerische Talent des jungen Stanley, der bereits in einer englischen Schülerauswahl gegen Wales spielte. Karriere im Verein 1932 erhielt der 1-7-J-Jährige vom Zweitligisten Stoke City das Angebot für 5-Fund-Profispieler zu werden. Matifs fackelte nicht lange, nahm das Angebot an und wurde damit der jüngste Profispieler Englands. Im März gab er sein Debüt beim Spiel gegen den FC Burry. Am Ende seiner ersten Saison gelang Stoke der Aufstieg in die höchste Spielklasse, die First Division. Obwohl er mit 15 Einsätzen einen relativ geringen Anteil am Aufstieg hatte, deutete er sein großes Können bereits an. In der ersten Liga erlebt es Tuck einen absoluten Fußballboom, weshalb Spieler wie Tommy Sale und Freddy Steele verpflichtet werden konnten. Matifs selbst erlebte eine Leistungsexplosion und halte dabei mit die Mannschaft in Liga 1 zu etablieren. Er schoss in den ersten drei Saisos ein und 30 Ligertore, nie wieder in seiner langen Karriere sollte er so torgefährlich sein. Somit weniger Torjäger als Vorbereiter, verkörperte er dank seiner Grundschnelligkeit. Der unwiderstehlichen Flügelläufe und präzisen Flanken einen modernen athletischen Typus des klassischen Außenstürmers. Hinzu kamen seine Cleverness, seine Tricks und Finden, die die Gegenspieler zumeist ins Leere laufen ließen. Matifs spielte physisch unaufwendig, seine Ballbeherrschung ermöglichte es ihm, schnelle Täuschungsmanöver auszuführen. Berühmt wurde der Stan Matifs Trick, den er in extremer Geschwindigkeit ausführte, wobei er den Ball so eng am Fuß behielt, dass es kaum möglich war, ihm diesen mit erlaubten Mitteln abzunehmen. Der deutsche Fußballspieler Reinhard Lebuda trug den Spitznamen Stan, da seine Ballbeherrschung an Matifs erinnerte. Bald nannte man ihn nur noch The Wizard of the Dribble oder schlicht The Magician. Da er mit Stoke jedoch nicht um die englische Meisterschaft spielte, sondern lediglich im Mittelfeld der Liga landete, strebte er 1938 einen Vereinswechsel an. Diese Absicht ließ die gesamte Stadt aufschreien und brachte die Fans auf die Barrikaden. Mehr als 3000 Fans veranstalteten einen öffentlichen Protest in der Kings Hall. Um ihren Start zum Bleiben zu überreden, weitere 1000 Fans marschierten mit Plakaten zum Stadion, um Matifs umzustimmen. Dieser war von der Anteilnahme überwältigt und verlängerte seinen Vertrag in Stoke. 1940 unterbrach der Zweite Weltkrieg auch die Karriere von Matifs, der zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Er diente in der Royal Air Force in der Nähe von Blackpool. Der Krieg brachte ihn wohl um einige seiner besten Jahre, in denen er lediglich für verschiedene Vereine in regionalen Spielrunden die Schuhe schnürte, da kein regulärer Ligabetrieb stattfand. Als Matifs nach Kriegsende 1947 mit 32 Jahren bei Stoke als alter Mann auf die Reservebank abgeschoben werden sollte, schloss er sich für eine Ablösesumme von 11.500 Pfund dem FC Blackpool an. Sein Weggang hingegen läutete den sportlichen Niedergang bei Stoke ein. Nach einer starken ersten Saison stand er 1948 mit seinem neuen Verein im FA Cup-Finale von Wembley, das Blackpool jedoch verlor. Im selben Jahr erhielt er die Auszeichnung als Englands Fußballer des Jahres und war damit der erste Spieler, dem diese Auszeichnung zu erkannt wurde. Blackpool lebte vom starken Zusammenspiel zwischen Rechtsaußen-Matifs und Mittelstürmer Stan Mortensen. Weshalb die Mannschaft am Ende der Saison 1951 auch auf Platz 3 der First Division landete und erneut im FA Cup-Finale von Wembley stand. Das aber erneut verloren wurde. 1953 stand er mit seiner Mannschaft zum dritten Mal im Finale. Das heute noch als Matifs-Finale bezeichnet wird und zu einem der denkwürdigsten Spiele der englischen Fußballgeschichte zählt. Das Spiel gegen die Boltenwanderers, die 20 Minuten vor Schluss noch mit 3 zu 1 führten, entschied Stan mit seinen genialen Flanken und Zuspielen fast im Alleingang. Das entscheidende Tor zum 4 zu 3 Sieg fiel in der Schlussminute nach der dritten Torvorlage von Matifs. Der 38-Jährige avancierte endgültig zur lebenden Legende und das Endspiel erhielt den Beinamen Matifs-Finale. Obwohl Stürmer Mortensen drei Tore gelangen. 1956 verpasste Blackpool die Meisterschaft und wurde Zweiter. Die 1950er Jahre waren das mit Abstand erfolgreichste Jahrzehnt des FC Blackpool, für den in dieser Zeit neben Matifs noch Torwart George Farm. Die Verteidiger Hugh Kelly und Tommy Gerrard, Stürmer Stan Mortensen und linksaußen Billy Perry aufliefen. Ebenfalls 1956 erhielt Matifs als erster Fußballer den neu geschaffenen Titel als Europas Fußballer des Jahres. Zum Jahresbeginn 1957 wurde er von Königin Elisabeth II. zum Commander des Order of the British Appier ernannt. Als 1961 alle mit Matifs Abschied vom aktiven Fußball rechneten, folgte die Überraschung. Der 46-Jährige kehrte zu seinem Heimatverein Stoke City zurück, der einen ungeahnten Aufschwung erlebte. Der Zuschauerschnitt stieg von 8.000 auf über 20.000 pro Spiel, zwei stillgelegte Eisenbahnlinien mussten wieder in Betrieb genommen werden, um den Andrang zu bewältigen. Trotz seines hohen Alters übte die Rücken Nummer 7 fußballerisch einen hohen Einfluss auf die Mannschaft aus. In nur zwei Jahren führte er sein Team vom Tabellenende der Second Division wieder in die erste Liga. Als Beweis seiner Leistungen wurde er 1963 zum zweiten Mal zu Englands Fußballer des Jahres gekürt. Er blieb dem Potters bis zu seinem Karriereende treu. Nach einer fast zwölfmonatigen Verletzungspause bestritt er am 6. Februar 1965 gegen den FC Fulham sein letztes Pflichtspiel. Bezeichnenderweise bereitete er den Ausgleichstreffer vor. Im April 1965 bestritt Matifs vor 35.000 Zuschauern im Viktoria-Grauen von Stoke sein Abschiedsspiel gegen eine FIFA-Auswahl, an dem U. A. Lefjaschin, Ferench, Puschkasch und Alfredo Di Stefano teilnahm. Nach dem Schlusspfiff wurde Matifs auf Schultern vom Platz getragen. Noch im selben Jahr wurde er als erster Fußballer überhaupt wegen seiner Verdienste um den Sport geadelt und von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Der Duke of Edinburgh bedachte ihn anlässlich dieser Ehrung mit dem Satz Stun, sie sind eine Legende. Seine unglaubliche körperliche Fitness rührte auch daher, dass er jeden Tag am Strand laufen ging und auch sonst sehr genau auf seine Gesundheit achtete. So soll er nach der aktiven Laufbahn gesagt haben, dass er noch länger hätte spielen können. Von seinen Gegenspielern wurde Matifs stets geachtet und ihm wurde großer Respekt gezollt. Denn der überaus faire und große Sportsmann wurde während seiner gesamten Karriere nie vom Platz gestellt oder verwarnt. Karriere als Nationalspieler Am 28. September 1934 debütierte Stan im Alter von 19 Jahren für die englische Fußballnationalmannschaft, womit er der erste Auswahlspieler von Stokes seit 30 Jahren war. Beim 4 zu 0 Sieg über Wales gelang ihm sogar ein Treffer. Einige Wochen später gehörte Matifs der Mannschaft an, die in der berühmten Schlacht von Highbury den amtierenden Weltmeister Italien mit 3 zu 2 besiegte. Später erinnerte er sich an dieses Spiel als eines der brutalsten, an dem er je teilgenommen habe. 1937 gelang ihm im Spiel gegen die Tschechoslowakei ein Headtrick. Er war nun auch bei den Three Lines der unumschränkte Star- und Publikumsliebling in fast allen Stadien Englands. Nach dem Zweiten Weltkrieg verzichtete Nationalcoach Walter Winterbeutem 1946-47 darauf, Matifs zu nominieren und setzte stattdessen auf Tom Finney als Rechtsaußen. Doch 1948 kehrte Matifs zurück ins Team und bei seiner triumphalen Rückkehr bereitete er alle Tore beim 5 zu 2 gegen Belgien vor. 1950 nahm England zum ersten Mal an einer WM teil und Matifs war mit 35 Jahren der älteste Spieler im Kader. Im ersten Gruppenspiel wurde Chile standesgemäß mit 2 zu 0 besiegt, Matifs selbst spielte nicht. Im zweiten Spiel gegen den Underdog USA wollte Trainer Winterbeutem seinen Star schonen und ließ ihn auf der Bank. Doch England verlor sensationell mit 0 zu 1 und hatte sich vor der Fußballwelt blamiert. Im dritten Gruppenspiel gegen Spanien konnte Matifs die 0 zu 2 Niederlage nicht abwenden. England musste nach der Vorrunde bereits die Heimreise antreten. Doch auch in den folgenden Jahren hatte die Mannschaft international Probleme und wurde 1953 durch das Wunderteam aus Ungarn mit 3 zu 6 in Wembley gedemütigt. Mit 39 Jahren reiste er 1954 zu seiner zweiten WM in die Schweiz. Als England im ersten Gruppenspiel gegen Belgien erhebliche Probleme hatte, beorderte Winterbeutem seinen Star von rechts außen weiter in die Mitte. Diese Umstellung brachte den gewünschten Erfolg, als ein Ruck durch die Mannschaft ging und das Spiel noch 4 zu 4 endete. England wurde zwar Gruppensieger, aber in der Zwischenrunde war nach einem 2 zu 4 gegen Uruguay Schluss. Am 15. Mai 1957 bestritt Matifs mit 42 Jahren sein letztes Länderspiel gegen Dänemark und beendete seine 23-jährige Karriere in der Nationalmannschaft. Damit ist er bis heute der älteste aktive englische Nationalspieler. Insgesamt absolvierte er 54 Länderspiele und während des Krieges 29 inoffizielle Spiele. Nach dem Fußball. Im Juli 1965 wurde er Manager bei Stokes Rivalen FC Portwalle. Doch finanzielle Probleme und damit verbundener sportlicher Misserfolg führten 1968 wieder zu seinem Abschied. 1970 wechselte er zu Hiberniens Paola nach Malta als Trainer, doch teilweise schnürte er mit 55 Jahren selbst noch die Schuhe, um mitzuspielen. In den 1970er Jahren nahm er oft an Charity und Freundschaftsspielen in der gesamten Welt teil. 1992 wurde Matifs mit dem Goldorden der FIFA geehrt. Sir Stanley Matifs starb im Alter von 85 Jahren am 23. Februar 2000 kurz nach seinem Geburtstag. Am Tag seiner Beerdigung säumten ca. 100.000 Menschen die Straßen von Stoke, als seine Urne zum Britannia-Stadion gebracht wurde. An der folgenden Trauerfeier nahmen berühmte Fußballer wie Gordon Banks, Ned Lofthouse, Bobby und Jagdschalten und Tom Finney teil und erwiesen einem der größten Sportler Englands die letzte Ehre. Er hat einen Platz in der English Football Hall of Fame. Vor dem Britannia-Stadion von Stoke City steht eine Statue von Sir Stanley Matifs, zu dem ruht dort seine Asche unter dem Spielfeld.